Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Es ist Freitag, es gibt mal wieder Supertest-News. Wie ihr seht, zwei neue Fahrzeuge, die demnächst in den Supertest gehen. Ein französischer Tier-8-Medium, der Alt-Proto AMX-30 und ein Tier-4-Medium bei den Sowjets, der T-34 Model 1940. Wir werden uns hier die Stats von den beiden Panzern anschauen. Wir werden natürlich auch schon einen kleinen Vergleich ziehen mit anderen Medium-Panzern auf ihrer jeweiligen Tierstufe. Aber natürlich wie immer der Hinweis, das ist Supertest. Das sind die ersten Werte, die wir hier sehen und erfahrungsgemäß schraubt Wargaming da immer nochmal ein bisschen dran rum. Fangen wir mit dem Franzosen an. Ein Tier-8-Medium-Fahrzeug, ich gehe davon aus, dass es ein Premium wird, Alt-Proto AMX-30, der mit der Kanone von der Lorraine 40-Tonner daherkommt. 232 Durchschlag auf der Standard-Munition, 263 Durchschlag auf der Premium-Munition. Standard gut, mit der Premium kann man auch arbeiten. Hier im Bild ist jetzt eine AP als Premium abgebildet. Die Lorraine hat aber eine APCR als Premium und auch im Text über diesen Panzer schreibt Wargaming, das ist eine APCR als Premium-Munition. Ich gehe also davon aus, dass das hier ein Fehler ist. 300 der Alpha auf den normalen Granaten, 400 Alpha auf der HE bei 50 Pen. Er hat eine Nachladezeit von 10 Sekunden, kommt damit auf eine DPM von 1800. Das ist solide, okay, mehr auch nicht. Also was die DPM angeht, die Durchschlagswerte und auch der Alpha, das ist wirklich gut für Tier-8. 0,38 die Genauigkeit, 2,7 Sekunden die Einzielzeit. Für den Medium auf jeden Fall eine schlechte Einzielzeit, eine mäßige Genauigkeit, aber das ist wie gesagt die Kanone von der Lohri. 38 Grad pro Sekunde Turm-Trägeschwindigkeit, 11 Grad Gun Depression, was richtig gut ist, 15 Grad Gun Elevation, was eher wieder nicht so gut ist. 55 Top Speed vorwärts, 16 rückwärts, 24,3 PS pro Tonne das Leistungsgewicht und eine Wand-Trägeschwindigkeit von 34 Grad pro Sekunde. Das heißt, er kommt also gut an den Gegner ran, kann also dort die relativ ungenaue Kanone und Einzielzeit wettmachen. Er kann sich auch gut verlegen, aber mal eben wieder sich schnell zurückziehen bei 16 rückwärts maximal ist ein bisschen schwierig. Er hat auch nur 1250 Hitpoints, was eher wenig ist für Mediums in dem Bereich und auch seine Panzerung ist eher eingeschränkt. Also die Wanne in der Front, 60 mm, 40 in der Seite. Sidescrapen sollte man mit dem also nicht versuchen und beziehungsweise man muss halt wirklich genau den Winkel treffen. Und obwohl die Wanne in der Front eine sehr gute Winkelung hat, würde ich mich jetzt hier nicht unbedingt auf die Panzerung verlassen. Der Turm, 150 mm an der Front mit einer im Text stehenden massiven Gunblende, wobei aber halt 150 mm auf Tier 8 jetzt auch nicht die Mega-Welt ist. 40 an der Turmseite, also er wird nicht viel abhalten können. Man muss also wirklich gucken, dass man eine kleine Silhouette bildet, also man sollte die 11 Grad Grandipreshing wohl gut nutzen. Eine Kommandantenkuppel hier oben sehe ich jetzt nicht, wobei die hier hinten auch versteckt sein könnte, vom Blickwinkel nicht ganz klar. Aber auf dem Bild sehe ich erstmal keine Kommandantenkuppel. Könnte also sein, dass er keinen wirklichen großen nochmal extra Weak-Spot oben drauf hat. Und die Sichtweite, 380 Meter, ist okay. Mehr nicht, finde ich aber auch in Ordnung. Denn der Trend, den wir jetzt gerade in den letzten Wochen im Supertest gesehen haben, den Panzern immer mehr Sichtweite zu geben, finde ich generell eh nicht so gut. Gucken wir mal noch auf eine kleine Vergleichstabelle und schauen uns da so die wesentlichen Merkmale an. Also DPM 1800, habe ich ja schon gesagt, ist eher so mäßig. Also vor allen Dingen wirklich eher im zweiten Teil der Vergleichstabelle oder der Panzer so. Also wir sehen schon, ja klar, Panzer 58 ein bisschen mehr. FV 4202 ein bisschen weniger. Aber ja, die Lorry 40 Tonnen, aber es ist ein Autoloader, deutlich weniger. Insgesamt aber auf jeden Fall eher eine mäßige DPM. Aber die gute Durchschlagsleistung, damit kann man halt schon arbeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuss eher durchgeht, ist halt höher. Höher, als vielleicht bei anderen Panzern, die eine bessere DPM haben. Zum Beispiel der Lanzen hier aber nur auf 208 Durchschlagleistung auf der Standardmunition kommt. 300 der Alpha, da können wir uns auf jeden Fall nicht drüber beschweren. Das ist richtig gut. Wir haben ja jetzt schon gesehen, 0,38 und 2,7 Sekunden die Kanonenwerte. Das ist natürlich im insgesamten Vergleich, was wir jetzt hier so haben, eher eingeschränkt. Ja, also das ist auf jeden Fall scheiße. Wir sehen auch, das sind wie gesagt die gleichen Werte wie auf der Lorry 40 Tonner. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Softstats auch die gleichen sind, dann kriegen wir hier schon eine eher kartoffelige Kanone. Was nochmal die Mobilität hervorhebt, denn man sollte auf jeden Fall dann die Mobilität einsetzen, um relativ nah, also zumindest auf mittlere Distanz an den Gegner anzukommen. Dass man hier einfach die Schüsse noch sauber ansetzen kann und nicht irgendwie, ja, anfängt rumzusnipern und einfach nichts trifft und sich dann drüber beschwert. Das ist zumindest der Eindruck, der so die Stats hier, die Stats hinterlassen. Topspeed haben wir ja auch schon gesagt, 55 ist er hier richtig gut. Lorry kommt noch ein Stück drüber. Aber mit 55 ist er auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Vergleichstabelle, sage ich mal, rückwärts eher wieder sehr, sehr schlecht, muss man sagen, mit 16. Das Leistungsgewicht von 24,3 PS pro Tonne, da müssen wir auch nichts drauf sagen. Also das ist richtig, richtig gut. Klar, sowas wie ein Lanzen hier mit 28, die kommen da nochmal rüber. Klar, das ist schon okay so, aber insgesamt auf jeden Fall ein recht gutes Leistungsgewicht. Sichtweite mit 380 Meter, wir gucken mal drauf, hier unten waren das. Damit ist er auch solide. Na klar gibt es diese 400 Meter Mediums, aber die Frage ist halt, ist das unbedingt notwendig? Kann man das überhaupt ausspielen oder spottet sich am Ende einfach alles wieder gegenseitig, wenn alle mit 400 Meter Sicht weiter rumfahren, ab Tier 8 schon? Von daher, er ist halt nicht zum Spotten geeignet. Aber es ist am Ende auch ein Medium, von daher ist das für mich auch völlig in Ordnung und das ist jetzt kein absolut grottischer Wert, wo man, also vielleicht von 360 oder 370, wobei 370 nur 10 Meter wären, aber 10 Meter können halt einfach schon mal viel ausmachen. Wir sehen also ein recht mobiles Fahrzeug. Wir gucken mal noch auf die Turmdrehgeschwindigkeit und die Wanddreh. Also das Drehgeschwindigkeit, das waren 38 und 34 Grad, Turmdrehgeschwindigkeit steht da relativ gut da. Klar, der STA 2 sticht da ein bisschen hervor, Wanddrehgeschwindigkeit 34 Grad, da sieht es eher wieder ein bisschen schlecht aus. Da ist er auf dem gleichen Niveau wie die Lohi 40 Tonner. Das gleicht im Grunde die relativ gute Turmdrehgeschwindigkeit wieder aus, also man muss halt am Ende irgendwie beide Werte nutzen, um hier auf ein halbwegs mobiles Fahrzeug zu kommen. Aber die Frage ist halt hier dabei auch immer noch, was sind die Bodenresistenzwerte, die kennen wir jetzt nicht, weil die haben auch nochmal einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie dann wirklich die effektiven Drehgeschwindigkeiten auf diesen Fahrzeugen aussehen. Machen wir weiter mit dem Tier 4er, wo ich auch davon ausgehe, dass das ein Premiumfahrzeug wird. T34 Model 1940, eine T34, Wanne mit einem angepassten Turm und natürlich auch Kanone. Durchschlagsleistung 68 auf der Standardmunition, das ist auch eine AP. Premium, laut dem Bild auch eine AP, keine APCR, mit 98 Pen, 110 der Alpha, damit kommt er mit der Nachladezeit von 6 Sekunden auf eine DPM von 1100, was, wir werden es gleich sehen, nicht wirklich viel ist für die Tierstufe. 38 Durchschlagsleistung auf der HE bei 164 Alpha-Sharpen. 0,51 die Genauigkeit, 2,9 Sekunden die Einzielzeit. Typisch nur 5 Grad Gun Depression, dafür 25 Grad Gun Elevation. Ich weiß nicht, wohin er die Kanone strecken will nach oben. Er hat einen Topspeed von 54, rückwärts 20, 18,6 PS pro Tonne das Leistungsgewicht, also grundsolide, da dürfen wir uns hier nicht beschweren. Und die Panzerungswerte sind zumindest an der Wanne keine Überraschung. Es ist halt ein T34. Am Turm sind es auch die gleichen Werte. 45 in der Front und 45 in der Seite bei einer Sichtweite von 320 Metern. Gucken wir hier auch nochmal auf die Vergleichstabelle mit anderen Panzern auf der Tierstufe. Was auf jeden Fall auffällt, ist die relativmäßige Durchschlagsleistung auf der Munition von gerade mal 68. Da haben wir hier eigentlich bloß den Panzer 2J und den VK-2001D, die hier drunter kommen. Na klar, der Alpha von 110 auf Tier 4, das ist natürlich auch eine Ansage. Aber ganz ehrlich, es gibt auch genug Fahrzeuge, die haben genauso viel Alpha. Also der Lago zum Beispiel oder der P-2640, Panzer 3J auch. Also es ist jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal, muss man sagen. Wenn man dann mal die Genauigkeitswert der Kanone anschaut und die Einzelzeit 0,51 und 2,9, dann stellt man auch fest, ja, das ist auf jeden Fall auch ganz weit unten. Nicht ganz, ganz unten, aber auf jeden Fall weit unten und auch die Einzelzeit von 2,9 Sekunden, ja. Schwierig zu spielen, würde ich sagen. Wenn da noch die 5 Grad Grandi-Press dazukommen, dann wird es auf jeden Fall tricky. Wo er ganz gut da steht, ist zumindestens der Topspeed und auch der rückwärts ist solide. Leistungsgewicht haben wir ja hier 18,6 PS pro Tonne. Und da muss man schon sagen, der steht ja auch relativ gut da, beziehungsweise weit oben. Aber die Kanonenwerte und auch die DPM und auch die, also die DPM und Durchschlagswerte und Genauigkeitswerte und Einzelzeitwerte. Also das Einzige, was er wirklich gut hat, ist halt Alpha, aber ansonsten, der Rest ist halt eher so echt bescheiden. Die Panzerungswerte, guck mal, ja doch, Panzerungswerte, guck mal da drauf, 45 an der Front und ja, also klar, durch die Winkelung, es ist ein T34, da wird schon hier und da was bouncen, aber es wird auch trotzdem kein Bounce-Wunder werden. Wir sehen auch hier in der Vergleichstabelle steht er jetzt mit diesen Panzerungswerten auch nicht unbedingt alleine da. Sichtweite und Hitpoints, Hitpoints haben wir hier 560, da ist er gut bis sehr gut sogar, also das gleicht er da so ein bisschen mit aus. 320 Meter Sichtweite, also in der Tabelle hier der schlechteste. Also wenn das ein Premium-Panzer wird, dann wird es auf jeden Fall ein schlechter Premium-Panzer. Es lässt das Gefühl so ein bisschen zurück, oder bei einem zurück, dass Wargaming sich um Low-Tier einfach nicht kümmert. Also man muss ja jetzt hier keinen overpowereden Tier-IV-Premium-Sowjet-Panzer ins Spiel bringen, aber irgendwas Konkurrenzfähiges wäre schon irgendwie cool, würde ich sagen. Also im Gegensatz zum Franzosen, der ja noch irgendwie interessant erscheint, ist das hier einfach nur ein T34 mit einem angepassten Turm und einer angepassten Kanone. Wo glaube ich, Wargaming noch hier und da ein bisschen an der Schraube drehen wird. Am Ende bleibt natürlich immer die Frage, was haltet ihr von diesen beiden Panzern? Und natürlicher Hinweis, es ist ein super Test. Alles das, was man hier so an Kritik gehört hat oder gesehen hat, kann sich durchaus noch ändern. Natürlich auch weiter zum Schlechteren. Wir wissen ja nicht, was Wargaming da so machen will mit dem Panzer, wo das auch gemerkt drauf liegt. Aber gerade beim Tier-IVer muss ich sagen, bin ich so ein bisschen enttäuscht, was wir da bisher gesehen haben. Der Franzose, der sieht solide aus. Ich denke mal, da wird es hier und da noch ein bisschen Balancing geben, vielleicht bei der Mobilität. Die Kanone glaube ich fast nicht, dass sie die anpassen werden. Also wenn, dann werden sie ihn vielleicht eher über die Mobilität buffen oder mal gucken. Weil das ist wie gesagt die Lory-Kanone 1 zu 1 auf dem Panzer. Und damit, da wird glaube ich, also das könnt ihr mich nicht vorstellen, aber mal gucken. Es ist ein super Test, es kann sich auf jeden Fall alles noch ändern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Kede, Eivendal und Thomas. Euer Feedback in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Euer Feedback in die Kommentare.